Willkommen im Himmel, Sie sind tot, irgendwelche Fragen? Aber ich habe eine Bank überfallen, komme ich da nicht in die Hölle? Nein, Sie sind vor der Bank gestolpert, mit dem Gesicht in einer Pfütze gelandet und ertrunken. Och, nö, wie uncool! Sie können wiedergeboren werden, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Oh, ja, 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 ja. Willkommen im Ahr. Oh mein Gott, haben Sie das gesehen? Die Kugeln sind nur so um mich herumgeschwirrt. Was für ein Abgang? Also hier steht Todesursache, Bienenstich. Eine kleine Biene hat mich erledigt. Genauer gesagt hat jemand ein Stück Bienenstichkuch nach Ihnen geworfen, Sie haben das Gleichgewicht verloren und sind wieder mit dem Gesicht in einer Pfütze gelandet. Das ist ja noch schlimmer. Okay, nächste Runde. Raten Sie, wer den Kuh gelandet hat. Sie haben das abgehoben, wir haben Ihre Kontoauszüge. Wegen den ganzen Überfällen haben die jetzt auch viel mehr Wachen. Und dann sind Sie in der Badewanne ausgerutscht und mit dem Gesicht in der... Ja, 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 ja. Sie können auch als reiche Person wiedergeboren werden. Das geht? Und so habe ich alles erreicht, die Liebe meines Lebens gefunden und das einfach nur, weil ich ein guter Mensch war. Cheers! Ach, verdammt!